Und da ist mir so ein Bild aufgefallen, da dachte ich mir, das gibt's jetzt nicht im Ernst. Will dein Betriebssystem hol dir den kostenlosen Rang, den nächsten Rang. Okay, da Gold, Emerald, Diamond, Master. Gewinne V-Bucks und werdet von zwar auch kommen, wir holen uns mal hier die V-Bucks. Einen verlautschen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video gibt es mal etwas Spezielles. Ich habe nämlich, dass es gerade Dienstag und ich möchte gleich einen Livestream anschmeißen und habe deshalb nach schönen Motiven für Thumbnail gesucht. Und da ist mir so ein Bild aufgefallen, da dachte ich mir, das gibt's jetzt nicht im Ernst. Da bin ich da draufgegangen und bin auf eine Website gekommen. Ich werde das Ganze auch, wenn ihr das Video schon ans Mindsuchtieb weitergeleitet sein wird, weitergeleitet werden sein. Und zwar habe ich hier eine, ja sage ich mal, ich zeige euch das mal. Und zwar haben wir hier diese Website, Mindsucht Rang Generator. Ich darf erst mal gucken. Ja, da wird es wahrscheinlich dann wieder so eine Authentifizierung geben, wo man sein Geld rauswerfen kann. Und dann habe ich mir aber auch hier die User-Zahlen angeguckt. Auf Mindsucht sollen gerade circa 650 Leute online sein. So, jetzt gucken wir mal. Soll das kurz mal schwarz wird, weil ich hier Bildschirmaufnahmen habe? Sind aber gerade keine 650 online, sondern nur 210. Das bedeutet, dieser Counter auf dieser Website ist schon mal überhaupt nicht, ja, der stimmt einfach nicht. Der ist einfach so reingeklatscht. Der wird wahrscheinlich immer so bei mir sein, dass der hin und her schwankt. Hier haben wir noch eine User-IP. Ob das meine ist? Keine Ahnung. Ich glaube eher nicht. So, jetzt können wir hier einen Rang aussuchen. Wir haben den nicht mal geupdatet. Hier gibt es sich bei den Legend-Rang. Und den Hero-Rang, den gibt es auch nicht. Ich würde sagen, da ich gerade Gold Plus bin. Boah, ich gehe mal auf Gold-Rang. Oder ach komm, wir machen gleich Master und dann 2,5 Millionen Coins. So, wähle einen Rang aus. Continue. User-Name. So, da muss ich jetzt mal hier kurz was schwarz gemacht haben. Sonst hat man da was gesucht. So, Betriebssystem. Windows 10 habe ich. Genere. Naja, jetzt kommt wieder so eine... Okay, das ist auch nicht echt. Das ist so eine gefakte Konsole. Die hat gefühlt jede Website so einen Scheiß macht. Wähl dein Betriebssystem. Hol dir einen kostenlosen Rang. Den nächsten Rang. Okay. Da, Gold. Emerald. Diamond Master. 10. Generation. Prozess. Request failed. Ja, wahrscheinlich. Jetzt kommt irgendwo eine Verifizierung wieder. Wetten. Was bringt mir eigentlich dieser Token? Ja, hier steht es ja schon. Verification. So, dann verifizieren wir uns hier einmal. Och ja. Gewinnen sie die kommende Xbox Series X. Gewinne V-Bucks im Wert. Wir müssen Minecraft-Drang holen. Gewinne V-Bucks im Wert von 2 auch kommen. Wir holen uns mal hier die V-Bucks. Also, ich habe hier mein Antivirus-System an und Adblock auch drin. Das tun wir auf gar keinen Fall. Gewinne V-Bucks im Wert von 200 Euro. Geben sie ihre Daten ein. Vorname. Teddy. Nachname TV. Ich gebe jetzt hier einfach mal meine Business-Mail an. Ich bin einverstanden, dass der Veranstalter und seine... Nein, bin ich nicht. Weiter. Weiter. Oh, ein Countdown, der nach unten geht. Moment. Wir hätten das ein Countdown. Und so. Geben wir das hier. Schauen. Ja, hier ist irgend so ein Countdown eingebaut. Was? Ah, mein Nachnamen ist zu... Ähm... Dann gebe ich einfach mal YouTube ein. Aber ich würde mal kurz beobachten, was passiert, wenn dieser Countdown hier rum ist. Weil ich wette euch, da passiert einfach nichts rein. Gar nichts. Oh, schön. Und den Seiten-Quelltext, den kann man auch nicht einsehen. Gut, dann sind es hier nur noch 10 Sekunden. Ich wette, mit euch hier passiert gar nichts. So, warum... Auf einmal ein Amazon-Gutschein. 500 Euro. Ich wollte... Ich wollte doch VIVAX haben. So, dann sehen wir mal hier, was der Countdown uns so bringt. Wow. Jetzt mitmachen. Oh, mein... Dieser Countdown startet einfach wieder vor neun. Ne, also das hier gebe ich echt nicht ein. Jetzt tut mir leid. Die VIVAX könnt ihr behalten und in den 500 Euro Amazon-Gutschein auch hier jetzt downloaden. Ist das nicht mal Google oder... Ja, ihr vor allen Dingen zahlungspflichtig, sage ich doch. Also Leute, falls ihr diese Website hier mal besuchen solltet, gebt auf gar keinen Fall eure... Ja, Sachen an. Das ist einfach nur Fake hier. 2-3 Minuten. Wenn ihr dort was eingegeben habt, habt ihr außer ein Abo, was euch... Ja, wöchentlich oder monatlich Geld kostet nichts. Den Rang könnt ihr auch nicht bekommen. Die updaten ihre Seite auch anscheinend gar nicht. Denn mir ist das komplett scheißegal. Alles ist Fake hier. Und hier noch diese gefakten... Ähm... Ja, diese gefakten... Oh, ich komme nicht mal auf die richtige Seite. Sehr schön, okay. Gut, dann würde ich sagen, können wir das hier mal zur Seite schieben. Also Leute, sagt mal so. Wenn ihr diese Seite im Internet findet, gebt auf gar keinen Fall was ein. Ich habe jetzt keine weitere Seite gefunden, die genau so einen Mist macht. Es gibt wahrscheinlich doch von anderen Servern sowas. Aber da, ja, Mindsucht hier so mein Hauptserver ist, war nicht euch mehr für den Mindsucht-Server. Also die Seite funktioniert auf gar keinen Fall. Ihr habt gesehen, nicht weil die Spieleanzeige stimmt. Das ist schon eigentlich das leichteste, was sie da reinprogrammieren hätten können. Also die haben sich da nicht mehr wirklich Mühe gegeben. Gleich das, wie gesagt, ans Team weiter. Ansonsten sagen... Ja, sehen wir uns bei einem neuen Video. Haut rein und ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal.